So, willkommen zurück in Fahrtnummer 11 unseres Half-Life 2 Let's Plays. Gestern haben wir uns ein paar Teammates angelacht, die uns permanent freundlicherweise im Weg stehen. Und mit denen schlagen wir uns gerade ein bisschen zur Zitadelle vor. Komm spring mir da vor, du Dettel. So, jetzt wollen wir doch mal gucken, wo es weiter geht. Direkt nahe der Screen. Ich möchte aber auch noch eben gucken, wo es oben lang geht und die dann Ladescreen. Ach Leute. Auf der Straße war nämlich vorhin noch ein... Genau, da will ich nämlich noch hin. Sehr schön. Das haben wir nämlich letzte Folge schon auf dem Fenster gesehen, dass es hier noch ein Lambda-Symbol gibt. Und demnach mussten wir uns das ja auch schnell eben holen. Okay, wir haben es aus der Tür gesehen. Kommt auch das gleiche raus. So, ja, komm, lauf. Lauf. Sure thing, Gordon. Meine Fresse. Oh, komm. Oh. Ich bringe ihn mit einer Stoßen. Stoßen. Ach, das ist jetzt nicht so nahe, nicht effektiv. Ja. Ja, komm, wunderbar. Habt ihr gut gemacht? Oh, noch mehr. Und noch mehr. Ja. Du machst das schon, ne? Ich kann dir danach nicht anwerfen können. Ja, komm mal. Ja, komm doch her. Komm her, komm her. Ja, komm noch mehr. Ja, du könntest auch abschließen, ne? So, ja, da kann man scheinbar... Doch, man kann ja rüber, gut. Da muss man sogar scheinbar. Da muss ich, ich werde keinen anderen Weg. Ja, voll nicht so rum. Ja, so rum. So... ... ... ... Schau! Oh mach mal. Ob wir den Man-Hipst-Typen töten, ist irgendwie doch... schön. Ist das schon offen? Ne Hat er noch nicht offen, er braucht etwas länger Ja, ich dachte du wolltest den Charter platzieren Wo machst du das denn? Geht doch Sooo Da ist etwas eingestürzt Ja, meine Verfolger sind jetzt auch weg So, meine, meine Comrades Meine Freunde So Und jetzt werde ich eine kurze Pause einlegen Die ich danach da rausschneiden werde Wenn ich mir kurz noch ein Tee mache Bis gleich So Willkommen zurück Bis oder so, ihr wart ja nicht weg Aber ich So, Tee ist fertig Und Wollen wir uns mal hier durchkämpfen, war Ähm Da ist ein bisschen wo wir denn mal landen müssen Ähm, ich möchte da auch mal hinlegen Und dann halt nicht Und dann halt nicht Ah Oh Naja, schön So, äh Oh Au Kölz-Zombie Oh, die kommen noch nicht von mir an? Ich dachte So, dann ist es aber gut gewesen, oder? Da oben kommen wir scheinbar in die Schächte rein Oh Oh Erstmal müssen wir weiter Vorwärts kommen So ein bisschen Leben wie fast jetzt Nein, ich möchte nicht da- Oh, fuck, ey Halt die Klappe Oh Gott Ich rutscht gerne von den Dingern runter scheinbar Ein bisschen einen anderen Weg, wie man hier vorkommen soll Da oben kommen wir ja nicht rein, da kommt man auch was hinterher hoch Das heißt, wir müssen schon eine Runde klettern Oh, natürlich zerbricht das wieder unter mir Wieso müssen wir das alles zerbrechen? Ja, komm Das ist alles scheiße hier Nein, ich bin nicht Ich hab ja zwei Tote umsonst gemacht hier Scheißkacke Na toll So Ok, die anderen Kisten können wir voll vergessen, er will nur nur diese runden Dinger Von denen man auch so unglaublich gerne runterfällt runterfällt Vielleicht kriegen wir es ja manchmal mit dem Anluten hin, ohne runterzufallen Ich glaube, das Viech ist ertrunken, sehr gut Dann tasten wir uns jetzt halt hier ja so langsam vor Jetzt sollen wir uns jetzt machen, ne? So Stirb Du auch Stirb So Alle tot Nein, noch nicht Jetzt alle tot Ah, sieht so aus, war? So Wir haben alle drei mit Einen mit Schaden Bevor ich gleich irgendwann mal einen versehentlich kaputt mache Ah, einen sitzt noch bei uns So So Ich speichere auch nochmal Die wollte ich ja gerade auf der Plattform noch gemacht haben Aber Dann halt erst hier So Ich möchte doch gerne eben hier oben reinmachen, was es hier gibt Wo es da hinten mehr gibt Es geht überall einfach nur einen weiter runter Irgendwann ist ein längerer Gang oder so Ah, das war's schon Es ist mir Ich öffne die Tür Ich sehe, du hast es durchgebracht Okay Okay Hier, von hier kommen wir, ne? Sorry Aber wo ging es denn unten noch lang? Ja, halt die Klappe, ihr sollt mir nicht folgen Ich möchte jetzt mal eben Gucken, ob es hier noch was gibt, was ich übersehen habe Ich bin jetzt ja stumpf, die erste Leiter, die ich gesehen habe, wo er gepackert hat Okay, da war nichts Hallo Sorry Ich gehe mal davon aus, dass da nichts mehr war Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das verpasst zu haben Okay, das ist der Raum, wo wir her kamen Arrrr Geht weg Die stehen echt nur im Weg rum Guck mal kurz durch die Optionen hier Keyboard Combat Send Recall Sonst sehe ich nichts Guck mal zurück Ja, wir sind nicht Ich bin nicht hawk Ich bin nicht Das macht ja aber es schön während Nämlich, ja Deswegen ist es etwas gut Ach, die Made Dr. Freeman? If you were looking for a place to hole up, it's not safe here anymore. You're shellin' the hell out of us. Keep moving, Dr. Freeman. I'll send word, you're coming and see you up ahead. Na ja. Wir werden sehen. Irgendwie hab ich ja gerade das Gefühl, dass es da irgendwas hintergeht. Ich weiß nicht warum. Gibt's aber nicht. Wie sah die Tapete da komisch aus? Ich weiß auch nicht. So, hier ist nichts, hier ist... ...Nichts. Hier ist überall nichts. Okay. Ja. Dann macht ihr das halt. Dann gucken ob's... FUK! Ja, geht da hin. Ich muss überall noch frische Melonen haben, ist auch interessanter. Hallo, geh kaputzer. Ich bin gerade etwas genervt von den Begleitern, die ihr sicherlich gerade hört, aber... Ich hab euch noch gerade weg geschickt. Du schießt mir quasi ins Gesicht und sagst dann, ich soll dich covern. Ja. Ähm... Oder sonst geht's euch gut, ne? Ähm... Wo geht's jetzt hier denn lang? Ja. Wo geht's jetzt hier lang? Ja. Ja. Da gibt's ja wirklich gern, da sagt er jetzt, steht doch nicht wieder im Weg. Ja, jetzt habt ihr mich nicht aufgefragt, mach sehr schön, da steht doch nicht wieder im Weg. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, ich komme ja gleich. Ich weiß nicht, ob ich noch hier irgendwas erwartet. Ja, danke schön, aber ja. Hier macht es schon. Sooo. Sooo, mein Gott. Ich hätte das Ganze etwas ingenehm an Erinnerungen, aber gut. Unten oder oben, da muss man langen. Wenn das da scheinbar weiter geht, gucke ich mal eben nach oben. Wie weit wir kommen, wir kommen nicht so richtig weit. Na gut. Ja, genau. Wir müssen ein paar Pässer kaputt machen. Sooo. Ja. Au. Ja, wo ist der nächste der, dass er so ein Ding abkriegen will. Das ist aber kein Lambda-Ding mehr irgendwo in die Umgebung passend, habe ich gedacht. Oh, mein Splatmate ist tot. Na toll. Sooo. Ah, ich wollte das rüberwerfen. Ja, das kommt, wenn der Plan, äh, so oft halt überhaupt nicht funktioniert, wie ich mir den gerade vorgestellt habe. Aber da muss ich auch noch eine Granate kriegen jetzt. Ich glaube da würde, um das zu rómen nach oben zu sehen. Das steht da denn noch nicht. So. 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 der ist tot, kann uns darauf einigen, sehr schön, ja, wenn du unbedingt müde bist, wirst du noch ein falsches Gesicht, so, ist ja hier ein Projekt, was man jetzt durchgezählt hat, wie viele Combines man so getötet hat, wie viele Tote Zivilisten liegen so über rum oder so, wie sind die Verluste auf beiden Seiten, da gibt es doch bestimmt ein paar Typen, die sich das mal komplett durchgeguckt haben, oder? Ich kann ja mal einer, ich vergesse das bestimmt gleich wieder, aber kann ja mal einer der Kommentatoren vielleicht, äh, ich guck, ob er da Zahlen zu findet, das bestimmt auch interessant, ja, geh ruhig runter, ach, den hab ich schon getötet, ach, ich muss auch runter, na gut, die ganzen Headcrabs, die kommen doch auch von denen, die setzen die doch auch aus, um den Planeten zu erobern, wieso bekämpfen die die, das auch, weiß ich nicht, wie wenn wir Ebola oder sowas besitzen würden, wenn wir das gegen unsere Feinde machen, aber das ist auch okay und schädlich wäre, soo, hat sich nicht nochmal irgendeine, ne, 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 Lambda Ecke gegeben, ach ne, oh, da haben wir ja eine, äh, schon falsch gespricht, ja, komm, dann klebt noch irgendwo ein anderes in der Gepäck dabei, äh, ja, da, ich hab doch angeblich noch irgendeines Squad-Following, ich hab aber keine Ahnung wo, na, jetzt porten sie sich bestimmt zu mir, nach dem Ladescreen, ne, doch nicht, wir speichern trotzdem mal, ok, soo, ich weiß nicht, dass die Dinger für mich, wo kommst du nicht wieder her, du hattest ein Gefühl, dass du mich hier finden würdest, ist das jetzt positiv oder negativ, warum gerade hier, wie kommst du da drauf, hallo, wenn ich grob in eure Richtung schieße, dürft ihr gerne sterben, soo, das war doch gut, dankeschön, soo, das war doch gut, dankeschön, äh, dann fangen wir uns mal den Fall hier, zup, 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 wunderbar, Alex steht auch gerne im Weg, ja, okay, this is it, soo, mhm, we're trying to disable as many as we can, to loosen the Combine's grip on this sector, it'll take me a few minutes to expose the core, then I'll need you to hit it with a burst from the gravity gun, in the meantime, watch my back, we were looking to join you, Dr. Freeman. Wollte gerade erschießen. Wär wahrscheinlich auch nicht schlimm, wenn ich hier schieße über die Fahne. Hallo. Aber, prinzipiell, äh, um Hilfe von da, äh, okay. Ich will ja nichts übersehen, ne? Soo. Zweitein. Ops. 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 Es sollte nicht zu lange dauern. Alsbald der Generator ist, öffne ich das Garten und wir können hier rauskommen. Es ist ein Standard-Panel. Komm, komm. So, wir kennen den Part noch, da kommen wir nämlich gleich wieder von allen Seiten Combines. Das ist wieder wunderbar. Ich werde einfach mal in der Zwischenzeit durch öfters mal speichern, um auf Musik zu gehen. Jetzt haben wir uns mal schnell voll, bevor da vorne gleich die erste Ladung landet. Nun, das war jetzt möglicherweise etwas verschwendet, aber hey. Ja, kein getroffen. Hier, ich hab da noch bestimmt so ein Ding. Ah, zwei erwischt. Das war gut. Hier ist mir nur eins. Nicht irgendwo verstecken. Das war mal nicht gewettet. Das war auf dem Weg. Ich bin mir kein Unternehmen, was schon großartig ist. Ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Ich hab hier in der Weg. Jetzt hab ich mich die Schüsse noch ausgetragen. so we must put the external shield Oh, hey, reload! So, noch jemand, äh, Solvensthege? Ah. Sobs. Und dann nur einen. E2. Ja, ich kann ja gar nichts machen. Ich spreche mal eben. Ja, ja, ich bin auch. Ich bin auch von meinem Weg. Ah, fuck. Ah, ich rede gerade so. Ich bin nicht bei Anfangen oder so, ne? Hallo. Ich bin nicht bei Anfangen. 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 Aber das ist ja nicht bei Anfangen. da sind wieder äh... Kisten mit Krams drin ich glaube schon, dass das Flo-Markt oder sowas äh, nicht Flo-Markt, äh, hier Sperrmüll oder so ah, das Ding noch, da ist das Ding er ist da, da ist Metall dran soo aber wir haben jetzt die Schlacht um den Platz gewonnen wir haben den Generator deaktiviert und... was gibt's weiter? ne? ich war nicht verguckt, da haben wir noch ein paar Minuten ah, komm oh ja, schön da komm man scheinbar hoch, mal gucken ob uns das was bringt ah dass ich mich auch wieder selbst blockieren muss hier, was ist da? neiin mein Gott, ah okay, das wär auch der einzige Weg gewesen, na gut soo ein paar Leichen später äh, da ist nichts drin, nehmen wir immer rein soo guck mal gucken ob ihm noch was ist soo doch wunderbar doch wunderbar ich bin jetzt der Volk da oben scheint da nichts mehr zu sein dann geht's los dann geht's los keine Ahnung da kommt man aber nicht irgendwo hoch, ne? ne 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 das sind sogar 5 Minuten haben wir glaube ich noch dann mach ich das noch eben weiter hier na guck mal ein Lambda Symbol wie schön da wollen wir auf jeden Fall hin da ist ein Leiter dran, sehr gut nehmen wir die doch wunderbar weiter runter wollen wir aber nicht das sieht ungesund aus das ist nur eine Puppkatton das sehen wir auch nicht hey Gott ich treffe ja gerade gar nichts wo schieh ich den denn von der anderen Seite auf? soo also irgendwas kann ich da packen ich weiß aber nur was ich muss den oh jetzt geht's na gut warum sehen wir es gerade nicht das ist richtig geil heee wenn du w mit den impressionen eines nicht satten barnacles beende ich glaube ich diese folge dann haben wir morgen noch den kanal hier vor uns und ja danke fürs zu sehen das war folge nummer 11 wenn ich mich nicht vertue und bis zur nächsten folge tschüss